Also, Grüße gehen raus an Redox. Dank ihm habe ich jetzt Owner-Rang auf meinen Sucht-Server. Ja, geil. Mir wird ja auch recht geil der ganze Stille angezeigt. Jetzt müsste man mal ausprobieren. Okay, Plugins gehen. Obwohl, naja, okay, das ist nicht interessant. Ihr könnt mal ein bisschen... Wie... Ja, ich hab keine Ahnung, wie man Chests macht. Ah, das ist ein bisschen blöd. Äh, YouTuber-Runden. Ein Fleischschutzschild. SKP. Load System. Okay. Einen flaschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen in seiner neuen Folge Minecraft auf dem Meinsucht.net-Server. Der 31.10.2021. Könnt ihr mal bitte auch schon vorrücken, wenn ich meine Antwort mache. Es ist der letzte Tag vom Meinsucht.net-Server. Ab morgen wird der schließen. Ich hab gehört, der tut, ähm, am ersten Hälften um, äh, 0.30 Uhr zu machen. Ace hat aber geschrieben, um 0 Uhr. Kein Byte und Justin haben sich hier grad mal Owner ermogelt, wie man sehen kann. Ich weiß zwar nicht, was kein Byte hier gemacht hat, aber der hat, äh, Rejoin-Lust. Kann man so sagen. Ich hab hier auch schon ein, zwei Screens gemacht. Ich werd gleich noch mal eins machen. Für das Thumbnail. Und dann noch einmal. So. Das sind hier auf jeden Fall noch nicht alle. Da müssen wir noch ein paar Leute mehr dranholen. Ich stell mich mal dazu. Ich hab hier grad auch schon ne ordentliche, wieder ne schöne Runde 4x4 Badwurst gespielt. Hatte ich schon lang nicht mehr. Und ich hab einfach mal komplett rasiert. Wir haben gewonnen. Ich hab zwei Betten abgebaut. Ich bin einfach der geilste. Ne, ich hab drei Betten abgebaut. Ich bin der heftigste, Mashallah. Ach, Redox ist auch da, der... Moment mal. Wer ist denn hier online? Ja, den kenn ich. Ja, Admin und Spieler zugleich. Macht keinen Unterschied. Der Panda lässt sich mal wieder sehen. Redox auch. Premium-Mode auch wieder. Christian. Na gut, der war letzt auch online. Oh ja, bitte alle Owner. Das wär schön. Aber kriegen wir wahrscheinlich eh nicht, weil das hier alles... Ey, was ist denn das hier? Schältst euch doch nicht vor mich. Ich bin eine wichtige Persönlichkeit. Ähm, ja, gut. Ich muss hier mal kurz den Stacker ausmachen. Sonst tun mich hier wieder die Leute ein bisschen anpöbeln und entführen. Das möchten wir ja nicht. TS ist nun wieder mit erhöhten Slots erreichbar. Ich will nicht auf den TS gehen. Mal ganz im Ernst. Da labern doch die alle Leute nur durcheinander. Es wird auch demnächst noch ein MeinSucht.net Best aufkommen von den ganzen Jahren, wo ich hier aufgenommen habe. Das ist auch größtenteils schon fertig gecuttet. Fällt nur noch ein kleines bisschen. Und Outro. Das hier ist SnopX. Weißt du, wird das eigentlich SnopX oder SnopX ausgesprochen? SnopX, KnopX. Egal. Und ich habe sogar noch mein MeinSuchtbild hier über meinen Namen. Das werde ich wahrscheinlich demnächst auch ändern. Aber ich kann schon mal eine Ankündigung machen. Es wird in der nächsten Zeit, nicht in den nächsten Wochen, es wird wahrscheinlich länger dauern. Ich habe schon einen neuen Server, wo ich dann aufnehmen werde. Okay. Aber bis ich dahin aufnehme, wird es noch ein bisschen dauern. Denn ich habe noch Videomaterial und das werde ich erstmal alles aufbrauchen, bevor ich wieder ein Neues mache. Und... Äh, also irgendwie checke ich nicht, warum kein Weitere die ganze Zeit. Ja, danke. Also, na gut, nee, kein Bock. Das hinsehe ich einfach nicht. Hashtag Bann für alle. Oh, das finde ich aber blöd. Obwohl, am letzten Tag alle zu bannen ist eigentlich auch scheißegal. Gönn mal einen Mod-Kliefix. Aber warum nur für dich? Gönn mal einen Mod. Oder einen Admin. Das wäre ja schön. Einmal Admin. Ich war zwar schon mal Admin auf mein Sucht, aber so richtig Admin, das wäre auch schön. Wer macht hier eigentlich die ganze Zeit die Blitze? Abgesehen davon, dass Real Dom sich gerade hier ziemlich frech verhält, würde ich sagen. Ich schaue mal auf dem TeamSpeak vorbei. Ich will nicht behaupten, das sei eine gute Idee, aber mein Gäste-Lounge wird gesagt, oder? Was ist denn 14 Minuten was? Hä? Der ist mein Gäste-Lounge. Wenstens hier habe ich noch mein schön Gold-Plus-Rang. Gäste-Lounge 1, Gäste-Lounge 2. Achtung, ich gehe in den Gäste-Lounge 1. Ja, gut, ich habe meinen Ton vielleicht nicht eingestellt. Das mag vielleicht sein... Wollt ihr gefragt nach Süßen oder Sauren? Warte, nein! Süßen oder Saures! Nein, sag mir nicht, sie machen das wirklich. Oh, ne. Hä, seit man klingelt, ich dachte, man schreit das ganz... Ich wusste, das ist keine gute Idee. Wir haben die Herrschaft übernommen. Ihr Admin, äh, Admin... Abge und Flo, äh, die wurden einfach weggebannt. Justin und dieser komische, verrückte Hase übernehmen jetzt hier die Kontrolle. Über die letzten paar Stunden... Der Rest macht Urlaub. Keine Ahnung, wo der Rest vom Team ist. Ob ein paar Legend haben. Aber ich habe eh keinen Überblick mehr bei den ganzen Spielern. Durch die ganzen Ränge ist hier und durch das Fette... ...sieht man einfach gar nichts mehr. Macht super viel Spaß hier auf dem Server, muss man echt sagen. Ich würde sagen, ich, äh, paul sie jetzt hier auf und habe. Wenn noch was Spannendes passieren sollte, dann werden wir uns gleich nochmal wiedersehen. So, meinsucht.net streamt gerade live auf YouTube, beziehungsweise kein Byte mit Justin. Und es wird eine XXL-TTT-Runde gespielt. Manche haben hier ihren alten Rang. Ich habe trotzdem noch den Legend-Rang. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber, ja, der eine will die Permissions-Ex-Gruppen sehen. Hahaha. Ja, gut. Ja, Herr Sir, ich glaube, sie haben ihren Server nicht so unter Kontrolle. Es tut hier ein bisschen abschmieren. Der Server wurde gerade schon einmal neu gestartet. Aber, ja. So. Ne, ah, jetzt, okay. Ja, okay, ich bin drinne. Ach, dieser Vokabelhäfte geht mir jetzt schon auf den Sack. Moment mal. Justin ist drinne. Kein Byte ist auch drin. Okay. Dann bin ich einer der wenigen, die in die Runde gekommen sind. Sehr schön, ich bin Detective als einziger. Ach, das ist ja super. Da werde ich ja überhaupt nicht getargetet. Äh, hallo? Bitte verschonen Sie mich. Hallo, hallo, hallo? Oh. Ist ja lustig. Hier liegt ja schon jemand. Ach, das ist der Detective. Mein Kollege. Ähm. Für Fortnite. Ach, ha, ha. Ja, super. Oh, ne? So, wer war das hier? War natürlich wieder keine, ne? Dachte ich mir schon. Warum auch? So, jetzt kommt mal in den Tester hier rein. Also mit... Ich dachte, das wäre eine schöne Runde TTT. Aber jetzt macht es mir schon keinen Spaß mehr, ne? Wir müssen natürlich wieder sich alle nicht an die Regeln halten. Können wir bitte nochmal das Spiel spielen? Sonst muss ich hier leider, ähm, einen Anschlag machen. Ja, danke schön. Sie hören mich wie geschmiert. So, Yuki, Sama, Suki. Wir schon mal nicht. So ist der Nächste, der auf Heroin ist. Der ist auch nicht. So, dann, äh, The Real Dom Dom. So, der drogenabhängige Hase ist auch nicht. Weil, da sieht man dann, dass er rote Augen hat. Der andere hatte hier genau solche leuchtenden Augen, dass er... Äh, Moment, hallo. Was wird denn das hier? Herr Niklas, der... Ab in den... Ab in den Tester. Los. Rein da. Ah, Glück gehabt. Oder hat der gerade was gekauft? Oh. Ey, Jungs, hallo. Es wäre geil, wenn ihr euch nicht selbst umbringen würdet. Das wäre eine super Hilfe. So, äh, wer war denn jetzt noch nicht? Takahara? Ähm, wer ist 69 W? Warum nicht dreimal W? www. Ich klau dein Internet.de. Ähm, Extended war auch noch nicht. Hier, geh du mal rein. Wie wär's mit dir in den Tester? Na? Wie wär's das? Oder hier, äh, Herr Fake Minimit Checker. Ist denn mal... In den... Tester, hallo. Also, ihr werdet mir alle richtig unsympathisch. Das ist richtig frech von euch. Wie ihr alle nicht mitspielt. Ich hab hier die Leitung. Also, jetzt mal ab in den Tester. Also, ich glaube, die wissen nicht, wie das Spiel... Äh, 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 äh. Hä? No Skin Fox. Achso. Hat sich mit kein Byte getauscht. Ich dachte gerade, der hat sich entnickt. Das wäre eine richtig linke Nummer. Äh, wo ist denn der jetzt? Hä? Äh, müsste... Ach, hier hinten, ja. Ja, wollt ihr vielleicht mal was... Ey, das sind echt die letzten Pappnasen hier. Ich wurde umgebracht. Vielleicht wollt ihr was machen. Kein Byte. Ich glaube, du wurdest getauscht. Vielleicht gehst du mal an deine alte Location zurück. Es ist unglaublich hier. Damit ihr... Äh, das sind solche... Ne. So. Dann spielen wir mal noch eine Runde TTT. Mal sehen, ob die Leute das meinen. Dies, was ich unter Kontrolle habe. Ich wollte gerade den Traitor-Pass einlösen. So schnell konnte ich gar nicht gucken. So schnell hatten die Leute die alle schon eingelöst. Deshalb werde ich jetzt 100% kein Traitor. Aber... Was ich werde, ist bestimmt innocent. Hä? Ich werde bekloppt. Moment mal. Hier an... Ich habe keine Ahnung, wo es hier ein Schwert gibt. Hm. Vor allen Dingen, äh, im Stream, äh, die wollen OP noch später verteilen. Da bin ich auf jeden Fall natürlich noch mit dabei. Und ich habe gesagt, hier kann man OP geben. Ich bin eine verantwortungsvolle Person. Und naja, was soll ich sagen? Kein Byte hat sogar ein paar Mal bei mir kommentiert. Keine Ahnung, ob er mit dem Namen Kein Byte kommentiert hat. Oder nicht. Shit. Aber... Ich habe bis jetzt noch keinen Kommentar von ihm gefunden. Vielleicht irgendwann. Okay, äh... Das lief nicht so gut. Wann mal, was könnte ich denn machen? Shit. Oh shit. Not good. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Äh, was mache ich? Was mache ich? Ein Tauscher ist, glaube ich, eine gute Idee. Niemand weiß jetzt, wer ist und wer nicht. Okay, er ist gekillt worden. Das ist gut. Hä? Was? Nein! Komm her. Ja, komm. Los, mach ihn fertig. Sehr gut. Ja, geil, Mann. Ich habe gewonnen. Zum ersten Mal. Yo. Also, Grüße gehen raus an Redox. Dank ihm habe ich jetzt Owner-Rang. Auf meinen Sucht-Server. Ja, geil. Aber wir wird ja auch recht geil der ganze Stille angezeigt. Jetzt müsste man mal ausprobieren. Okay, Plugins gehen. Obwohl, naja. Okay, das ist nicht interessant. Ihr könnt mal ein bisschen... Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Chests macht. Ah, das ist ein bisschen blöd. Äh, YouTuber-Runden. Fly, Schutzschild. SKP. Float System. Okay. Einmal... Hier mal kurz... Ein Screenshot noch machen. Als Owner. Damit man auch weiß... Mann, verschwindet. Ich wäre ein Screen-Oner-Roy. So. Okay, da habe ich einmal die schönen roten Schuhe an. Ähm, was machen wir denn jetzt? So, äh... Slash Game Mode 1. So, was können wir denn jetzt machen? Ähm... Hm, 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 hm. Und mal Slash Clan Boost. Der Clan wird nun von der Teddybär geboostet. Moment, Slash Clan Color. Ähm, 4. Äh, nein. Mist. Oh, nee. Ich habe nur auf dem einen Server OP, oder? Ach, komm schon. Okay, der meint auf dem Server schmiert ab. Justin, was soll denn das jetzt? Ist hier eine Frechheit hier. Äh... Mein Minecraft... Mein Minecraft stürzt ab. Okay, gut. Äh, oh. Ja, es ist wirklich abgestürzt. Super, das war's dann komplett. Okay, es gibt jetzt noch eine XXL-Runde auf dem Einsuchtserver. Und ich bin einer der wenigen, die es reingeschafft haben, natürlich wieder. Hier mal in Team Blau. Die haben direkt die Whitelist angemacht. Und erst mal durch den Stream laufen. Ganz unauffällig. So. Upgrade ist auch gerade dabei. Okay, jetzt lassen wir wieder ein paar Leute rein. Der Server ist gerade, glaube ich, dreimal oder so abgeschmiert. Das ist jetzt der vierte Anlauf. Mein Gold wurde ich direkt für deaktiviert. Mal sehen, wie viele Leute reinkommen. Ich stehe jetzt über ab, okay. So krass bin ich. Okay, da ist jemand mit Gold. Ich verstehe trotzdem nicht, warum manchen ihre Ränge in den Runden haben. Aber okay. Alles noch entspannt. Das Server läuft noch. Wir sehen uns gleich am besten wieder, wenn ich in der Runde bin. So, die Runde wurde gestartet. Und zwar mit nicht so vielen Leuten. Ähm. Wie es eigentlich geht. Also, die haben bei weniger Spielern gestartet. Ich bin zum Glück einer der wenigen, die es reingeschafft haben. Und, oh. Mashallah, direkt Blöcke. So, dann hier. Ich werde direkt gleich mal mitbauen. So, invest. Ich bin Team Rot. Okay. Team Gelb ist das Team. Und der Rest. Den klatschen. Hier auch so, hoffentlich. Äh. Super. Ja, Gold ist aber deaktiviert. Das ist ein bisschen blöd. Ja, du bist am Ende angekommen. So. Was machen wir? Da ist Blau. Die können wir... Ach. Da kommt auch schon Gelb. Ah, nee. Mein mal. Da muss ich mal direkt einen Weg machen hin. Damit... Ich den das ein bisschen erschwere. Äh. Nein. Er hat mich runtergekickt. Aber ich weiß jetzt, wo's Bett ist. Die Map habe ich schon mal gespielt. Am Geburtstag haben wir die gespielt. Ich renne jetzt mal so, just for fun, einfach da durch. Vielleicht schaffe ich's ja. Ich glaube nicht daran. Aber... Mal sehen. Okay. Okay. Ja, das habt ihr super gebaut. Muss ich echt sagen. Äh. 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 Rot bin ich. Ah, so ein Dre... Ah, doch. Komm vorbei. Ja, dankeschön. Hab ein Bronzer damit... Damit knüppel ich einfach alle tot. Ich renne mal bei grün durch. Ach, komm schon. Und... Oh, das wär schön gewesen. Ach, ich wär so oder so tot. Naja, egal. Äh. Ich werd mich mal ein bisschen equippen. Damit ich nicht aussehe wie der letzte Heinz-Wurst. Dann muss ich mir auch gleich mal so schwuligen. Hier schon rum. Das ist super. Und nur noch das hier. Und paar Cropwebs nehm ich auch. Jetzt muss ich mal schauen, ob... Ich glaube, hier ist das Bett, oder? Ich meine schon. Genau, hier ist das Bett. Das baut aktuell keiner ein. Dann werd ich das mal eben machen. Oh, PewDiePew ist auch drin. Hier ist noch drin, wen ich kenne hier. Hot Planter ist drin. Die kenne ich hier gar nicht. Naja, egal. So, dann hol ich mir nochmal. Sechs Cropwebs sind gut. Hauptsache, die Rusher kommen erstmal nicht durch. So. Ähm. Junge, was machst du denn hier? Du bist doch so ein wichtiger Held. Sag ich dir. Ja, das bringt super was. Das bringt gleich gar nichts. So. Okay. So, zack, zack. Und dann... Fertig. Gut, dann werd ich mal... Richt... Ach, das ist so... Ach, da oben ist ein blauer. Na, guten Tag. Siegfried. Na. Mann. Ne, 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 ne. Schön hier geblieben. Der will... Schön runter mit dir. Ach, komm. Habe ich? Ja, habe ich ihn, habe ich ihn, habe ich ihn. Alles gut. Ach, das ist echt schrecklich hier. Moment, ich brauch mal ein paar Blöden. Ich bin schon so verwirrt hier. Es ist echt schrecklich hier. So, das sind die Runden, wo man eigentlich mit dem schlechtesten Equip losgehen kann. Die Kunst ist hier, sich zu verstecken. Und ordentliche Wege zu bauen. Aber das schafft eben nicht jeder. Nur ein Meister wie ich. Ach, Blau ist er auch. Naja, aber... Ne, ne, ne. Du brauchst gar nicht erst, das zu probieren. Okay. Das wird ein langes Video. Aber für das letzte Meinsucht-Video geht das vollkommen fit, würde ich behaupten. Okay. Bin ich denn gerade? Ach, bei Gelb bin ich. Okay. Ach, Blau ist hier. Ah, eigentlich würde ich gerne das Bett abbauen. Also, ein Bogen ist hier schon mächtig. Okay. Äh, ach so. Nein. 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 Ganz kritische See. Nein. Oh mein. Oh. Oh. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Ah, gesaved. Hä? Was war denn das eben? Ich hab den doch geschlagen. Super. Dass es nicht durchkam. Das ist schön. Ah, vielleicht hätte ich nicht für Gold ausbauten. Obwohl, doch. Ich glaub, Gold aus ist besser. Für die Nerven alleine. Achtung. Klingt nicht gut. Oh, ich höre einen Blauen. Hallo, Freunde. Ach. Hab ihn. Das Bett von Gelb wurde zerstört. Da ist da noch einer. Da ist da noch einer. Ich hassehe dich. Ah. Mann. Interm Bett. Blau. Okay, das Bett von Blau wurde zerstört. Sehr gut. War hier nicht gerade noch einer? Ah. Gelb auch. Schnell, 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 schnell. Hinten, hinten, hinten. Alle nach hinten. Stecken sich von hinten, diese Schlawiner. Nein. Ach, komm schon. Warum bin ich immer der, der runterfällt? Egal, wir haben ihn. So, jetzt lassen wir ihn nur noch grün auslöschen. Abge- und hey, no. Ja, dass der B überlebt, war natürlich klar. Die Bären sind halt die krassesten. Okay. Die letzte Runde, Bad Wars, auf meine Luft, muss man natürlich noch gewinnen. Ist natürlich klar. Ach, komm. Oh. Wer ist denn da oben grün? Ach, komm. Also, die gehen mir echt langsam auf den Sack hier. Ja, komm. Dann gehen wir nach oben. Abge ist auch down. Hä? Ach, du. Ach, du. Was ist das denn? Ihr wollt mich doch verarschen. 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 Das ist doch nicht euer Ernst. Ein Hit und die sind tot. Ein halbes Herz. Ach, komm. Ah, das ist jetzt blöd. Aber blau hat kein Bett mehr. Bett. Ach, was. Das wusste ich noch gar nicht. Aber das ist hier Stress pur. Das kann ich sagen. Ihr baut doch jemand ab. Ihr baut doch jemand ab. Warum kann ich... Ach, das gehört zum Map. Ah, hier. Die waren hier hinten ab. Äh, links. Vom Bett. Oh, grün kann es auch schon. Lasst uns doch in Ruhe. Lasst uns fröhlich sein. Videobumm. Oh nein. Jetzt ist vorbei. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Scheiße. Jetzt heißt, rette sich, wer kann. Jetzt heißt, rette sich, wer kann. Ich wache dich aus dem Staub. Tschüss. Äh, wo kann ich mich am besten verstecken? So. Okay. Jetzt werden langsam ausgelöscht. Aber blau hat sich eine gute Taktik überlegt. Das muss man den lassen. So. Dann fällt das nicht auf, dass hier jemand ist. Ich bin gleich der einzigste Rote. Okay. Im Stream tun die das Spiel noch beobachten. Oh nein. Keine falsche Bewegung. Der steht hier direkt vorne. Ich habe gerade den Namen gesehen. Kann der bitte mal verschwinden? Okay. Also wenn blau ausgelöscht ist, würde ich mich ein bisschen beruhigter fühlen. Aber ich weiß auch nicht, wer es gerade war. Kann sein. Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich glaube, Zando oder Lauschen. Irgendjemand mit einem längeren Namen. Streamsnail in Ghostar wäre praktisch. Der vercampt sich hier. Und ich. Oder er ist weitergezogen. Aber zum Glück habe ich noch PewDiePew. Der hat wenigstens ein bisschen was drauf. So. Okay. Ich habe mich aus meinem Versteck getraut. Ich brauche Rüstung. Wo ist die Eisenswarner? Ach, da hinten. Wo ist die Eisenswarner? Okay. Wo ist ein PewDiePew? Ah. Nein. Nicht grün. Verschwinde. Oh. Das. Ich fühle mich hier wie in The Walking Dead. Geh weg. Oh. Er hat den. Ein Glück. Ich muss hier direkt ein Schwert kaufen. Und Kettenrüstung. Fühle ich mich ein bisschen. Äh. Hat der Chat? Ne. Der hat keinen Weißen Chat. Ja. Bisschen gut einrüsten. Wäre schon gut. 14. Oh nein. Oh nein. Hat der eine Chance? Ich glaube nicht. Ich verstecke mich. Bitte Mupfe. Er baut sich hoch. Nein. Schafft der es? Ja. Okay. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich werde helfen. Hast du dir nicht? Jo. War doch irgendwo. Habe ihn. Oh. Alle Betten sind zerstört. Das heißt, ich kann auch gewinnen Das wäre zu schön Oh nein, oh nein Wie sieht denn mein Inventar aus? Alarmstufe Rot Wo bist du? Oh, ich habe gar keinen Platz zum Kaufen Komm Gleich Base Okay So Ich habe mir eine bessere Brustpanzerung Nochmal so Vorsichtshalber Okay, wenn er gleich in der Base ist, bin ich schon mal beruhigt Dann habe ich wenigstens Das ist ja, ach da ist er auch Ein Glück Mein Held Mein Held Das ist eine echte Beruhigung Ihn jetzt zu sehen So, was kann ich denn noch kaufen, du schönes? TNT schaffe Kann ich ihn noch so kaufen Base Teleporter zweimal Eine Angel Kann ich noch kaufen Regeneration Von Kraft Klingt Keine Wird die Base bisschen aufräumen Okay Freund, ich komm mit Ich komm mit Warte auf mich Warte auf mich Warum rennst du denn ohne mich? Willst du mich allein verrecken lassen Oder was? Wenn, dann sterben wir schon zusammen Okay, da ist ein grüner Bisschen hier den Rücken Decken Ah Oh Gott Bist du hier rum? Ich vertraue dich Dass du hier rum bist Wo ist er hin? Och Digga Renn doch nicht immer weg Das ist doch schlimm Ist er da hinten? Der ist zur Base glaube ich zurück Nein, das ist grün Ach, den kriege ich doch Den kriege ich doch Der hinten ist PewDiePew Okay Komm Wir machen das noch zusammen Äh Okay Komm, wir wirst du noch zwei Zerstören Komm Mach, mach bitte Machst du das mit mir? Äh Ja, 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 ja Moment Ähm So Mach mal hier die Live-Dukon Zu dieser Schale und dem Eis Dem cremigen Hast du dann so eine flüssige Karamellschicht Oh, geil Also die Leute schreiben gerade Junge, Flo ist den Nachtisch Vor dem Hauptessen Ja, wir konnten nicht mehr warten Oh, das, äh Würde ich auch gerne machen So Komm mit nach oben Da fühle ich mich sicherer Oh ne, das ist doch nicht euer Ernst Ihr verarscht mich doch Ich weiß was Nein, 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 nein Nein Oh Gott, jetzt hängt alles von mir ab Das ist schlimm Oh, fuck Fuck Nein Das ist so schlimm Wenn alles von einer Person aufhängt Ja Nein 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 Sie entfernen lassen Weil wir noch nicht mehr hinterher gekommen sind Die haben alle reingekte Stode Ich bin ein Palschwagen gestorben Das alle anbricht Ich bin so ein Nudes jetzt noch mal gehagelt Die letzten Stunden Also das ist Das finde ich Das einzige Traurige wirklich In den ganzen fünf Jahren Das ist einfach Jetzt wirklich in fünf Jahren Nicht ein einziges Mal Von irgendjemandem geschafft worden ist Ein ordentliches Anti-Cheats zu machen Aber es ist Also nicht jetzt Weil es keine guten Leute gibt Sondern weil es halt einfach In diesem Spiel unmöglich ist Aber Oh nein Ich bin dann bei Schaden gestorben Naja An der Stelle Die Aufnahme geht Fast 40 Minuten Ich würde sagen Das war es auch mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Das gerne eine positive Bewertung da Und dann würde ich sagen Auf meinen Sucht sehen wir uns zwar In diesem Leben wahrscheinlich Nicht mehr wieder Ich hoffe trotzdem Das Video hat euch gefallen Haut rein Und dann sehen wir uns Irgendwann bei einer neuen Folge Von Minecraft Und dann sehen wir uns